Bei Corona droht uns grad die dritte Welle, durch fiesen Viren, die man Mutanten nennt. Wir müssen impfen, sofort und auf der Stelle. Wir brauchen Tempo, weil hier... Die Hütte brennt, sag ich mal. Wer sich den Impftermin per Anruf geben lässt, hängt erstmal in der Warteschleife fest. Nützt ja allerdings. Wir hinken beim Impfen hinterher. Und was macht Jens Spann ab? Selbst Brexit-Boris hat nen Plan. Und wir haben nur Jens Spann. Guck wie die Pfleger mit ihm schimpfen. Leere Versprechen findet keiner toll. Erst die App, dann die Masken und das Impfen. Der Grinse Jensi nimmt auf den Mund zuvor. Der Schnelltest schon am 1. März. Was labert der Spann da? Ob der's mal auf die Reihe kriegt? Was denkst denn du? Ich denke eher nicht. Dankeschön.